Die einzige Mannschaft der Aufstiegsrunde ohne Heimniederlage, ihr Radek Drulak, ist mit 18 Toren der erfolgreichste Torjäger. Heute war ein Erfolg dringender, denn je notwendig sollte eine Minimalschance auf die 1. Liga erhalten werden. Gut eineinhalb Minuten vorbei, Thomas Gerstner und Christian Klaassen. Und schon war der Wunsch von Trainer Wolfgang Sitka in Erfüllung gegangen. Einer, der bisher kaum getroffen hatte im Stile eines Torjägers. Der, Radek Drulak nämlich, ließ mit seinem ersten Auftritt jedoch auch nicht lange auf sich warten. Wieder bedient von Thomas Gerstner, der nach seiner Verletzung hervorragend spielte, in jeden Angriff eine Idee oder einen Pass einbrachte und Drulak. Dann waren etwa 21 Minuten gespielt und es gab eine wunderschöne Kombination. Machala, Drulak. Steinbach. Und wieder der 22-jährige Amateur Christian Klaassen. Er stockte sein Jahrestor-Konto mit den beiden heutigen Treffern um 100% auf. Die 11.000 dankten es ihm mit Sprechchören. Die Hannoveraner kamen kaum einmal in die Nähe des gegnerischen Tores und dann war ein Rainer Brauer da, der aufmerksam war. Trotzdem, wie Gäste offensiv eingestellt waren, mit Jelma, Spreitenreiter und Koch drei Angreifer aufgeboten hatten. Schiedsrichter Janssen, ein aufmerksamer Beobachter der Begegnung. Hier schickt er den Hannoveraner Oliver Freund nach diesem Rempler gegen Thomas Gerstner vom Feld, dessen Bodenübung allerdings hätte auf jede schlechte Bühne gepasst. Die Gäste ohne Biss, ohne Bindung im Mittelfeld, ohne Torgefahr, mit einem technisch versierten Milos Djelmasch dem Jugoslawen, aber auch ohne das nötige Glück. Hier Djelmasch, Rainer Brauer stellungssicher, Trainer Lorkowski ohne Worte. Und ohne einen Angreifer wie Radek Drulak, der 30-Jährige kaum aufzuhalten, von seinem Gegenspieler Sundermann heute jedenfalls nicht. Oftmals mit Effet erfolgreich, diesmal zu Beginn der zweiten Spielhälfte zu heftig angeschnitten. Wenig später die 58. Minute. Wieder das Trio Steinbach, Gerstner und Radek Drulak. Tor Nummer 19 für den Tschechoslowake. Was folgte war Oldenburger Wirbel aus der Wundertüte. Eine brillante Vorstellung der noch Aufstiegskandidaten Kapitän Gishtov Sajon nach dieser Vorlage von Drulak. Es lief wie am Schnürchen Gerstner, Linke und wer, wenn nicht Radek Drulak, beförderte das Leder zum vierten Mal in die Maschen der entnervten Gäste. Der Held des Pokal-Halbfinales trug es mit Fassung. Fragen der Zuschauer, Sprechchöre, was wollt ihr in Berlin, musste aber auch er sich gefallen lassen. Und noch einen Gegentreffer, noch einen vom dreimaligen tschechoslowakischen Nationalspieler Radek Drulak. Fußball zum Angewöhnen, fünf Tore am Marschweg. Eine Galavorstellung des VfB. Sprechchöre, war er die